Glück auf! Es ist wieder soweit. Das NetApp Technologieforum NRW geht in die sechste Runde. Wir möchten Sie herzlich einladen, uns am 19. März in der Felddienstarena auf Schalke zu begleiten. Und ganz ohne Schnickschnack bleiben wir unserem Motto treu – aus der Region, für die Region. Der persönliche Austausch zwischen Ihnen, unserem lokalen Experten-Team und anderen Kunden aus NRW steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Hör mal, und technisch wird das richtig Halligalli. Künstliche Intelligenz, DevOps, S3-Object-Speicher, aber auch natürlich der klassische Metro-Cluster. Das sind nur einige der Highlights, die Sie an diesem Tag erwarten. Machen Sie keine Faxen. Stellen Sie sich Ihre persönliche Agenda zusammen und melden Sie sich an. Noch was? Ja sicher. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.